Was willst du jetzt denn schon wieder? Nerv nicht! Eher das Teppichvorlege an, Morgenmuffel oder was? Weißt du, du nervst schon wieder unheimlich, ne? Nimm die Kamera aus mein Gesicht! Ich bin gerade mit meinen Augenringen in der Tür hängen geblieben. Hast du das gesehen, wo du mir so lange gezogen wurde? Heute produzieren wir Udo´s Song. Das ist so ein bisschen am Rande zu Weihnachten einfach. Also da ist jetzt nicht der Gedanke hinter, dass Udo jetzt keine große Karriere macht, sondern ich habe mir das immer gewünscht, Udo nicht, ne Udo? So, dass Udo mal einen Schlagersong macht, zu Weihnachten. Einfach so, just for fun. Und wenn man da ein bisschen Geld mit verdient, dann spenden wir das, da haben wir natürlich auch tolle Ideen, aber es wird fantastisch. Und wir haben uns auch so ein bisschen professionelle Hilfe ins Boot geholt, damit dieser Schlagersong, den ich übrigens in letzter Zeit ziemlich oft gesungen habe, Hitpotenzial kriegt. Ne Udo? Ja. Wie glücklich bist du? Guten Morgen. Nervlich am Team, ne? Wie er keinen Bock hat. Wie du überhaupt keinen Bock hast. Das ist ein Scheißwort ist das. Wer hat das erfunden? Gute Nachricht ist, im Refrain bist du halt irgendwie mit allen Buddies zusammen. Im Ernst, da sind Tränen geflossen. Ich habe das so geil gesungen. Ich habe richtig, richtig geil gesungen. Ernsthaft. Hört auf zu lachen, man. Warum lacht ihr mich alle aus? Ich habe das richtig, ich habe das richtig gefühlt zur Hölle. Ich habe richtig geil. Das war geil. Schmeiß den Hobel wieder an. Ich singe euch jetzt Mariah Carey hier ein, ey. Ich bin wieder zu Hause und wir haben einen Song aufgenommen. Just for fun. Und die Einnahmen spenden wir natürlich. Gute Sache. Lustige Sache. Den Song gibt es ganz kurz vor Weihnachten. Da könnt ihr euch echt drauf freuen, weil das was Schlechteres hat es auf dieser Welt noch nicht gegeben. Wirklich, das ist unfassbar schlecht. Es sind auch wirklich alle dabei. Katastrophe, wirklich. Ihr könnt euch drauf freuen. Kurz vor Weihnachten. Wir müssen alle dabei sein, weil es wirklich super scheiße ist. Jetzt ganz ehrlich, wer hat so einen Scheiß Text geschrieben? Du, 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 eine Hopp. So eine Scheiße kann auch nur du appen. Mariah Carey hat gerade angerufen, will ein Duatt mit mir. Ja, kannst ruhig mehr Gas geben. Alles gut. Noch mehr Gas? Ja. Wir hätten richtig großer werden können. Mio, mio, mio. Ich muss weg. Das kann man nicht erfinden. Wenn ihr das hört, wird euch schlecht. Das ist wirklich schlimm. Ich bin ja noch ein großer Gesangstalent. Mariah Carey hat mich ja damals entdeckt. Aber das wird richtig schlimm. Ich bin ja noch ein großer Gesangstalent. Ich bin ja noch ein großer Gesangstalent.